Würde ich dem Druiden irgendwie auch zutrauen. Ja, ausweichen auch, Meister. Dirk bestimmt nicht, nö. Dirk bleibt einfach stehen. Und auch nicht, nö, gut. Also, er ist unser Tank, sie ist unser Halbersatz-Tank. Und dann kommen die beiden puren Magier, die kann nichts aushalten. Obwohl er mehr Lebenskraft haben dürfte, als sie... Nö, weil er halt ein Zwerg ist. Ja, muss ich mal gucken. Aber schon mal schön zu wissen, dass man die Bilder einfach so hin und her schieben kann. Auch wenn ich nicht genau weiß, was das ausmacht. Also, ob jetzt der ganz links häufiger getroffen wird oder irgendwas in der Richtung. Das kenne ich aus anderen alten Spielen, so zum Beispiel. Oh, und wenn man acht Stunden schläft, gehen die Buffs gar nicht weg. Die zählen echt nur, wenn man sich bewegt. Okay. Oh, jetzt kommt der Boss. Jetzt kommt der Boss. Mal schauen, mal schauen. Ich hoffe, er ist nicht so wie der Zyklop, aber der Zyklop ist ja wirklich optional. Hier müssen wir durch. Ja, mehr Opfer für den Abwracker. Also, wir dürfen nicht mit dem Rücken zur Luft stehen. Genau deswegen. So. Debuff. Schutz. Schaden. Schaden. Sehr gut. Brützel. Spotten. Schaden. Schaden. Heilung muss jetzt reingeworfen werden. Spotten. Heilung. Schaden. Er geht richtig gut runter. Crit. Wir haben in jede Richtung noch ein Fail zum Rand. Trotzdem ein Schutzzauber. Schaden. Hau ihn. Weg. Ah, es war wesentlich leichter als erwartet. Sehr gut. Achso, das war bestimmt der Fall schon, oder? Ne, es war eins. Okay. Zwei. Da hinten ist die drei. Hier ist die vier. Joa, also wesentlich einfacher als erwartet. Aber bisher haben meine Helfer quasi recht gehabt, die mich vorgewarnt haben, wie ich das Spiel am besten spielen sollte. Also, die hatten ja gesagt, spiele auf keinen Fall Kriegermodus. Dann kriegst du nur auf die Nase. Und wenn du normal spielst, dann ist das erste Kapitel noch machbar, wenn auch schwieriger als vorher. Aber ab dem zweiten Akt soll es haarig werden, selbst auch normal. Und so ist es bisher auch. Genau so. Die Bosse hier gehen jetzt gerade, weil wir halt sehr viel Schaden austeilen können. Level up, jeder. Sehr schön. Aber weil wir sehr viel Schaden austeilen können. Aber einstecken können wir halt fast gar nichts, was wir gerade gesehen haben. Daran müssen wir unbedingt arbeiten. Das heißt, wir machen jetzt die Level ups genauso. 18. Ja, und Ausdauer. So, du bestätigen. Ausdauer. Bestätigen. Attribute. Vitalität. Du. Hast du ja richtig hohe Werte, du Team 10% Dingens. Ja, dann mach mal Vitalität bitte hoch. So, so, so. Bestätigen. Und raus. Ihr habt erreicht, was mir verwehrt blieb. Mamushi ist tot, der Kult des Abwrackers erneut zerschlagen. Jetzt habt ihr ganz hervorragend gemacht, meine Freunde. Kann ich irgendetwas für euch tun? Meister mit zwei Waffen. Nein. Auftrag. Akari T. Nächste Seite. Schwert des Kopfgeldjägers. Den Auftrag haben wir jetzt schon drei, vier Mal bekommen. Ich glaube nur dreimal. Aber wir haben ihn nie wirklich zu Ende gebracht. Deswegen denke ich, dass die Lösung davon im zweiten Akt liegt. Müssen wir mal schauen. Ist nicht im Turm. Ja. An einen geheimen Ort gebracht. Ja. Eventuell jetzt bei dem Zyklopen oder dem Drachen. Okay, raus. Erstattet Maximusbericht. Okay, also zurück zur Stadt. Sachen identifizieren, Sachen verkaufen, Zauberbrüche kaufen, Geld ausgeben. Und dann kriegen wir jetzt den Auftrag. In das Schloss zu gehen, ne? Und mit dem Schloss wäre dann Akt 1 schon vorbei. Das geht echt ziemlich schnell mit Akt 1. Ich hoffe mal Akt 2 hält ein bisschen länger. So. Essen kaufen sollten wir auch noch. Mal gucken, ob wir jetzt noch ein Level abbekommen. Aber nee, ich denke nicht. Der Auftrag ist ja quasi abgeschlossen, sobald wir Mamushi töten. Es hat nichts mehr mit Aufgaben abgeben zu tun. Die Aufgaben sind abgeschlossen, sobald man das Ziel erreicht. Und dann geht man nur noch zurück zu den Typen, um zu reden und dergleichen. Das heißt, wir gehen jetzt zu Maximus. Maximus sagt, das habt ihr toll gemacht. Und ihr habt auch der Dame Not geholfen. Also der Frau, die das Buch gesucht hat. Und dann schickt er uns zum Schloss. Und dann passt das. Schlaf und Essen sollten wir machen, wenn wir rausgehen. Damit der Hohlbohnen möglichst lange hält. Maximus, da bist du. Kalik. Jetzt ist der Auftrag doch erst erfüllt. Und schon wieder ein halbes Level. Okay. Achso, Gerogen braucht noch ein Level ab. Schild war das, ne? Schild, 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 Schild. Okay. Wir haben 3800 Gold. Wir haben... Steiger den Geist nach dem Verzehr dauerhaft um 1. Geist brauchst du nicht wirklich, Gerogen, ne? Maximale Mahlermenge um 3. Geht so. 126, 117, 138. Ja, ich glaube, ihr direkt bekommt das. Geist 21. Wir haben alle 21. Dann bringe ich das durcheinander damit. Die kommen, die kriegen doch Gerogon das. So. Das muss identifiziert werden. Das kann weg. Der Schild sieht schick aus. Und das ist besser als das Schild. Das kann das Schild weg. Braucht irgendjemand noch Armreif? Ja, du. Rüstwehr 2 Sandaletten. Die haben gar nichts gemacht. So. Magisch der Fuki mit 6 bis 8. Soll es den Speer wegtun und den Fuki lieber nehmen. Also der Fuki macht zwar weniger Schaden. Aber er sorgt dafür, dass die Zauber, die man spricht, mehr Crit machen können. Wenn ich das richtig verstanden habe. So. Das kommt da oben hin. Das kommt da hin. So. Identifizieren. Da, 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 da. Rüstung werden ignoriert. Wobei wir bei Zeiten vielleicht doch mal zum Waffen- und Rüstungshinter gucken sollten. Nur so um zu sehen, ob sie jetzt mit höherem Level unserer Helden auch bessere Sachen im Angebot haben. Ausrüstung bestimmen. Ausrüstung bestimmen. Alles bestimmen. Raus. Und gucken, was du so tolles hast. 100% Schutz zur Verwirrung. Eine Stufe in Mystik. Eine Stufe in Armbrust. Eine Stufe in Ausweichen. Kuriert Verwirrung nach dem Verzehr. Ich glaube, wir sollten uns davon ein, zwei holen. Das ist mir der ganze Name schon verkauft. Also von den Tränken, die die Statuseffekte aufheben, ein, zwei holen. Nur für den Fall, dass der einzige Char, der diesen Zustand aufheben kann, gerade genau diesen Zustand hat. Zweifel Verwirrung. Und Schwäche. Also ja, davon kaufen wir uns jetzt mal. Zwei Stück. Davon kaufen wir uns jetzt auch mal. Zwei Stück. Komm. Da oben hin. So. Raus. 3870 Gold haben wir. Davon brauchen wir 100 ungefähr, um im Gasthaus zu schlafen und probieren zu kaufen. Das heißt, wir können noch ein, zwei Sprüche holen. Das braucht Anfänger im Magischer Fuki. Sechs bis acht. Sechs bis acht plus drei plus ein Geist. Okay. Das kann weg. Das wollten wir aufbewahren, falls wir mal Verwirrungsgegner treffen. Den können wir jetzt mit Experten rangsprechen. Du. Du hast zwei Rüstungswert, fünf Widerstand gegen Feuermagie und 100% Schutzbeführung. Das ist sehr gut. Das trägst du. Und das war doch leider kein Artefakt. Das war einfach nur eine neue Grafik für Kopfbedeckung. Zwei Fertigkeitsstufen im Bogen. Das kannst du ruhig nehmen. Du bist die Einzige mit dem Bogen. Vier Widerstand gegen... Okay. Damit sind wir durch mit dem Inventargewusel. Jetzt Zauberstuhl kaufen. Und dann schlafen. Und demnächst eventuell das Packpferd kaufen. Wir hatten jetzt doch schon recht häufig das Inventar voll. Und da wir immer mehr Sachen haben, die wir irgendwann mal für irgendwas brauchen. Tränke zum Beispiel und später das Schild und so. Wird der Platz hier immer weniger. Zauberlernen. Gerogand kann Zauberlernen. Zeigt Fallen. Macht Licht. Schützt vor Licht. Ja, nee. Später. Direkt. Acht Macht bringt uns nicht so viel. Außer, dass wir damit vielleicht die Mechanismen und so weiter besser aufbekommen. Brennende, Entschlossenheit bringt allerdings sehr viel. Schützt vor Lähmung, Schlaf und Betäubung. Vier Runden lang und kostet nicht viel. Der ist jetzt gekauft. Den brauchen wir später. Jallen. Steinhaut. Sehr wichtig gegen sowas wie Mamushi gerade. Oder den Zyklopen. Kaufen. Heilt anvisierte geschwächte Gegner. Äh, Verbündete. Ist gekauft. Giftsprüher. Gegen Gegner, die sehr viel aushalten. Könnte das sehr praktisch sein. Zumal das auch die Ausweichwertung vermindert. Also ist der auch gekauft. Gefrorener Boden brauchen wir nicht. Erd- und Wasserabwendung. Würde ich schon gerne später haben. Aber nicht jetzt. Talana. Anvisierte, verwirrte Gruppenmitglieder aufwecken. Kaufen. So. Schön viel Geld ausgegeben. Wir sind wieder auf Fastenhull. Jetzt können wir schlafen, probieren, kaufen. Und dann nach Portmarin. Und da anfangen aufzuräumen. So, hier rum, da rum, da rum, da rum. So. Wir hätten gerne Proviant. Und wir hätten gerne Rasten. Und wir hätten gerne die Aufgabe hier beendet. Äh. Ist noch nicht beendet, weil wir sie zu spät geholt haben. Das heißt, die ganzen Einträge, die wir vorher gemacht haben, zählen gar nicht. Also die Spinnen zum Beispiel. Da. Erst als Bestiare. Wir haben registriert zehn Stück. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Hallo. Trotzdem ist das nicht hier erfüllt. Das ist nicht gut. Könnte nämlich auch ein Bug sein. Weil gerade solche Aufgaben eignen sich dafür, dass es dann eine Folgeaufgabe gibt. So nach dem Motto. Hey, ihr Helden, könnt ihr mir nicht helfen, zehn Kreaturen zu registrieren? Dann macht man das, gibt die ab und sagt ihr, oh, ich hätte da noch zehn weitere, wollt ihr nicht und so. Und dann geht das so lange, bis irgendwann alle Kreaturen auf der Spielwelt registriert sind. Und wenn jetzt am Anfang ein paar fehlen, ist es eventuell ganz am Ende nicht möglich, das abzuschließen. Und dann gibt es einen super Artefakt, wenn man es abschließen würde. So würde ich denken, dass es funktioniert. Das wäre schade. Aber gucken wir einfach mal. Wir wollen jetzt nach Portmarion. Also da hinten zu dem Schloss da. Unterwegs hätten wir auf der rechten Seite noch optional den Drachen. Aber nachdem der Zyklopon schon so vermögelt hat, lassen wir den Drachen mal lieber. Weil ich denke, der Drache wird noch stärker sein. Als er ein Drache ist. So. Einmal durchatmen. Und rein da. Einmal durchatmen. Vielen Dank.